Die US First Army marschierte nordwärts zur Halbinsel Contenon. Aus diesem Grund bestand unsere neue Aufgabe darin, die Nachschublinie nach Schabur zu sichern. Die Mission bekam den Codenamen Red Ball Express. Die Abel & Dog Company werden so weit wie möglich entlang dieser Straße vorstoßen und sie sichern. Während dieses Vorstoßes werden unsere Flanken ungedeckt sein. In diesem Gebiet gibt es eine Menge Hecken und Höfe. Die Gegend ist ideal für Hinterhalte. Die Abel & Dog Company Die Abel & Dog Company Liegen unter Straß im Beschuss! Over! Oh verdammt! Ich hab denen doch gesagt, dass die unsere Linie nicht überdehnen sollen. In Ordnung. Holen wir ihre Herrscher da raus. Dark! Die Abel Company! Durchhalten, Bishop! Wir sind auf dem Weg! Packt euren Kram ein! Wir rücken ab!